Diese Sendung wird präsentiert von Neobet. Pro musst du sein. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von jackpot.de, das kostenlose Online-Casino ohne Echtgeld. In der Öffentlichkeit hat sich Fiona Hewitzen bislang nicht geäußert, obwohl sie, darüber schreibt nämlich auch die Daily Mail, von mehreren Medien bereits ein Angebot bekommen zu haben, die ganze Geschichte aus ihrer Perspektive der Öffentlichkeit zu erzählen. Aber selbst wenn sie sich aktuell nicht dazu äußert, hat das nämlich jetzt ein anderer getan. Ein nicht namentlich genannter Freund hat sich gegenüber der Daily Mail dazu geäußert, was Fiona Hewitzen, der persönlichen Assistentin von Christian Horner, aktuell denkt, fühlt und vor allem auch, was sie über ihren noch Arbeitgeber zu erzählen hat. Die Einzelheiten dazu jetzt. Ja, man kann das eigentlich schon so formulieren. Die bisherige, ja, kann man sagen, der bisherige Umgang von Red Bull mit der Causa Christian Horner sorgt vor allem bei einer Person für blankes Entsetzen. Und das ist eben die mittlerweile suspendierte persönliche Assistentin von Christian Horner, Fiona Hewitzen. Und auch wenn sie sich aktuell noch nicht selber in der Öffentlichkeit dazu geäußert hat, zeigt sie sich trotzdem ziemlich enttäuscht. Das soll ein nicht namentlich genannter Freund gegenüber der Daily Mail verraten haben. Und damit willkommen zur Sendung. Wir gehen gleich mal in diese Aussagen rein des Freundes von Fiona, der nämlich Folgendes sagt. Sie hat alles nach Vorschrift gemacht und ihr Anliegen privat vorgetragen. Sie fühlt sich vom Unternehmen im Stich gelassen. Sie haben sie suspendiert, obwohl sie dem vorgesehenen Prozess korrekt gefolgt ist. Sie wurde von dem Job freigestellt, den sie liebt. Die fehlende Unterstützung ist notiert und sie ist einfach sehr enttäuscht, wie sie von ihrem Arbeitgeber behandelt wird. Deutliche Kritik, die man hört gegenüber Red Bull, die sich ja vor gut zweieinhalb Wochen mit einem nichtssagenden Statement an die Öffentlichkeit gewandt haben und die Beschwerde, naja, vielmehr abgewiesen haben. Auch wenn man da bis heute nicht über Einzelheiten spricht und auch Christian Horner, sagen viele andere, eine Show abliefere, sich als Opfer darstelle, hat sich bei Red Bull bisweilen dazu noch nichts geändert. Natürlich muss man auch festhalten, das österreichische Lager hätte Christian Horner schon vor Wochen feuern wollen. Allerdings das Lager aus Thailand, die natürlich auch die größeren Anteile haben, nämlich mit 51 Prozent, die Hoheit besitzen. Die haben sich gegen einen Rauswurf von Christian Horner bisher, muss man sagen, dazu entschieden. Ob es dabei bleibt, das wird die Zeit natürlich zeigen. Ja, geht es nach dem Freund der suspendierten Assistentin, so müsste Red Bull, so eben das Verlangen auch von Fiona, endlich offenlegen, wie die vorgenommene, scheinbar unabhängige Untersuchung tatsächlich ab, vor allem aber auch verlief. Und so seien eben viele Fragen noch längst nicht beantwortet und so führt der namentlich nicht genannte Freund weiter aus mit, die Investigation von Red Bull muss hinterfragt werden. Wer bei Red Bull wurde damit beauftragt, die Fakten festzustellen? Wer bei Red Bull hatte Zugang zu all dem vertraulichen Material, das genutzt wurde? Und wer trifft bei Red Bull diese Entscheidungen? Und eben jener namentlich nicht genannter Freund hat es eben auch angesprochen, dass sie bereits zahlreiche Anfragen von verschiedenen Medien bekommen haben soll, die ihr Angebote unterbreitet haben, finanzielle Angebote unterbreitet haben sollen, damit sie aus ihrer eigenen Perspektive die ganze Geschichte einmal erzählen kann. Aber gerade diese Angebote, die ihr da zugetragen worden sein sollen, soll sie kategorisch abgelehnt haben. Trotz allem, und so hält das der Freund auch weiterhin fest, ändere das nichts an dem großen Ärger, den sie gegenüber Red Bull ihrem Noch-Arbeitgeber verspürt. Und sagt weiter, sie kommt einfach nicht darüber hinweg, dass sie eine Beschwerde vorgetragen hat und dafür suspendiert wurde. Alles, was sie will, ist ein transparenter Prozess. Ja, man merkt, immer mehr Stimmen kommen an die Oberfläche und es ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis auch Fiona Hewitzen sich selber dazu äußern wird. Klar, es soll auch scheinen, zumindest mal dem Bericht des britischen Telegraph zufolge, dass sie Christian Horner nun vor Gericht zerren will. Sie will sich mit dem bisherigen Ergebnis alles andere als einverstanden erklären und soll, nachdem sie auch ihre Anwälte gewechselt haben soll, auch Berufung gegen die abgewiesene Beschwerde durch Red Bull ihren Noch-Arbeitgeber einlegen wollen. Ja, also ordentlich Brisanz in diesem Falle. Und wir halten euch natürlich weiterhin bei uns hier in dieser Sendung auf dem Laufenden, wie wir das die letzten, ja fast schon fünf Wochen eben auch getan haben. Es sind nämlich fast schon fünf Wochen, die bereits vergangen waren, als zum ersten Mal in der Öffentlichkeit diese Vorwürfe bekannt wurden und seither, ja, sich alles in der Formel 1 genau um dieses Thema dreht. Klar gibt es auch noch andere, fast schon Randthemen, wie die Vorwürfe gegen FIA-Präsident Mohammed Ben Solayim. Da müssen wir allerdings wohl noch einige Wochen warten, aber es bleibt nach wie vor festzuhalten, das, was abseits der Strecke passiert, ist um ein Vielfaches spannender als das, was auf der Rennstrecke passiert. Und an diesem Wochenende pausiert die Formel 1, aber schon am nächsten geht es weiter, nämlich dann nach Melbourne, nach Australien. Ob dann da auch wieder die Stimmung hochkocht, wie schon bei den letzten beiden Grands Prixs, bleibt abzuwarten. Soweit für den Moment. Alles weitere auch auf unseren Social Media Kanälen, gerne auch unseren WhatsApp-Kanal abonnieren, einfach auf champ1.de slash whatsapp und dann bekommt ihr natürlich auch alle wichtigen Informationen auf euer Handy und nicht vergessen, Champ1. Champ1 zeigt's allen. Zeigt's allen, nicht vergessen. Danke für eure Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal, tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Neobet. Pro musst du sein. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von jackpot.de, das kostenlose Online-Casino ohne Echtgeld. Champ1 zeigt's allen. Wir habenıyı bis an dennehmt vor hafen. Wir könnenками werden wir fürs Haaren verlassen. Wir können alle Fakten behoven voit protest auf den Dörren, der übrigen 40 gering, in der Kalle Klingel. Und es fehlt auch noch um uns auf den gelassenen. Wir können uns auf die Reihe geben,